Guten Morgen, wer ist da? Ja, guten Morgen, Herr Pometti. Thomas ist mein Name. Thomas? Ich melde mich von Schopenhain. Ja, Thomas Bodo, der Herr. So, der Name Gino Pometti wurde heute bei einer Anfrage hintergelassen für das Mittelprometil, der Herr. Ist die Kräme so gegen die Pilzinfektion? Ja, ja, genau, genau. Deswegen melde ich mich an. Wir brauchen... Ja, genau. Ja. So, ich bin der Berater, der Herr. Damit ich Sie besser raten kann, erlauben Sie mir ein paar Fragen zu stellen, der Herr. Natürlich. Sie können es sehr gerne machen, right? Okay. Danke sehr. Sehr gerne. Können Sie mir bitte sagen, der Herr, das Mittel brauchen Sie für Sie selbst oder für eine andere Person? Ah, hier für mir zu Hause, ja. Oder wir haben, ähm... Ist ein längeres Gesicht, weil wir haben hier bei Emskirchen so ein alter Haus kaufen. Da hat eine Sache drin gewohnt und überall Pilze an der Wand, Pilze an dem Boden. Und jetzt müssen wir den Pilzkräm haben zum Wegmachen, right? Ich kann Sie doch verstehen. Ja, sehr gut. Dann, wir werden Sie dann den Mittel schicken. Okay. Welche ist Ihre Muttersprache, damit wir Ihnen besser beraten könnten? Italienisch, okay. Italienisch. Aber wir können Deutsch sprechen, das ist kein Problem. Okay. So, wie viele Läger sind dann bei Ihnen betroffen, Herr Pometti? Wie viele was? Alle Räume. Sieben Zimmer. Wie viele Läger? Alle? Alle, ja. Verstehe ich. Dann, Herr, wie werden Sie dann den Mittel schicken? Das Produkt kostet Sie dann, Herr, heute die, äh, die, die Neunund? Sie haben das heute auch mit dem Rabattpreis. Ah, heute ist Rabattpreis, das ist gut hier, weil es sind so viele Schimmelpilze hier überall. Wir müssen den wegbekommen. Das können wir so nicht leben. Können wir so nicht gut Pizza machen, Spaghetti machen, weil wir hier immer Aufpackung machen und, äh, aus Tüten nehmen, aber so viele Schimmelpilze auch da reinkommen, weil der grüne Schimmelpilze, schwarze Schimmelpilze, gelbe, weiße, alle Farben, ist wie Regenbogen hier bei Sachen Schanzerei. Ich kann Sie da verstehen. Dann, Herr, am besten, ich werde Sie dann gleich schon, äh, dann sagen, so die eine Packung ist es heute mit dem Rabattpreis, die kostet Sie die 49 Euro, mit dem Lieferungskosten und die Mehrwertsteuer inkludiert, Sie zahlen im Total daher nur die 68 Euro, okay? Okay, okay, das ist sehr gut, das ist sehr gut, weil wir brauchen den. Dann brauche ich bitte die Adresse, wie ist bitte Ihre Postleitzahl? Können Sie mir das sagen? 9 1 4 4 8 Emskirchen. Okay, das ist in Emskirchen und die Straße? Alt Schauerberg 8. Okay, Hausnummer? 8. Nummer 8, okay. Dass Sie gleich zu Einsatzort schicken können. Ja, ich habe immer was zu schreiben. Okay, schreiben Sie bitte, äh, schreiben Sie bitte unsere Telefonnummer, die ist die 493. 493. 2 2 1. Ja. 3 2 4. Ja. 9 0 2 0. Okay, das habe ich aufgeschrieben. Und wann das kommen? Okay, das ist die Kundendienstnummer. Äh, innerhalb von 5 Tagen wird die Ware da sein, der Herr Pomete. No, das ist sehr gut, das ist sehr gut, weil wir können ja so, weißt du, meine Frau, die hat gesagt, wir können ja ein bisschen Geld damit machen und den Pilzer einfach bei Pizza draufpacken, aber das geht nicht, das kann man nicht machen. Dann wollte ich Sie sagen, Sie werden den Produkt nach 5 Tagen da haben, der Herr Pomete. Ich wollte Sie sagen, das war dann Ihr erstes Mal, dass Sie bei uns etwas bestellen, so dann Sie zu bedanken für die Bestellung. Dann, der Herr, Sie können von uns schon mit Angebot ein Gerät haben, die heißt Ketonometer. Das ist, der Herr, ein Gerät, das hilft Sie, dem Fettgehalt im Blut zu messen. Mit dem Gerät kann man verstehen, welche Lebensmittel beschleunigt die Fettverbrennung und welche verlangsamt die Fettverbrennung. Also die Geräte, Herr, profitieren Sie heute nur für die 30 Euro. Und was ist das? Muss man das bei Kopf drauf machen oder was muss man damit machen? Nee, nee, eigentlich nicht. Sie brauchen einfach Blassen, Herr, an dem Gerät. Wie funktioniert das? Nach dem Essen werden Sie an diesem Gerät Blassen und das Ergebnis wird auf dem Display angezeigt. Ich soll da reinpusten? So brauchen Sie Blassen. Das Blassen in der Einschalen, in das Gerät Blassen. Das hat ein kleines Display und zeigt auf dem Display die Anzahl von den Ketonen im Blut. Sie Blassen nach jeder Mahlzeit, morgens und abends. Und so messen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit. Ja, meine Frau, die bläst auch nach jeder Mahlzeit. Und kann die das dann auch benutzen? Ja, natürlich. Die kann das schon auch benutzen. Und die Kinder auch, ja? Die kleinen Italiener? Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Die profitieren Sie dann daher nur für die 30 Euro. Soll ich das dazu verpacken? Es ist ein sehr kleines Gerät. Braucht man da Stromkabel oder ist das mit Batterie, okay? Es ist mit Batterie. Es hat zwei kleine Batterien drin. Welche Batterien muss man da reinpacken? Es kommt mit Batterie. Welche muss man da reinmachen? Es sind schon kleine Batterien. Ich kann nicht so genau den Namen von der Batterie sagen. Es kann Toshiba sein oder so. Nein, nein. Den Firmen egal. Aber was ist das? A, A, Dreifach, A, C125. Was für Batterien müssen da rein? Weil ich mag gerne Blasen. Da muss ich ja viele Batterien haben. Nein, nein, nein. Es sind nur zwei, ich... Ja, aber ich muss die ja kaufen. Ja, nur zwei kleine Batterien sind da. Verstehst du? Bitte? Ich muss die ja einkaufen. Na, ich... Sie haben die mit der Verpackung der Herr drin. Ja, aber nur zwei Stück. Ich muss da auch andere haben. Aber du bist ja sehr schwer von begreift. Ich kann Sie doch verstehen, aber ich kann nicht den Namen direkt von der Batterie sagen. Verstehen Sie mir? Mehr schreit. Oder welche, wie, wie, welche... Ja? Hilft die Creme auch gegen... Ich kann das nicht richtig sagen. Hilft die Creme auch gegen Austernpilze und Pfifferling? Nochmal bitte? Den Creme, was ich kaufe, das auch bei Austernpilz und Pfifferling helfen, damit die nicht bei meinem Garten reinkommen? Ja, natürlich. Aber die Auftragung sollen Sie dann der Herr zweimal am Tag machen. So morgens, vier und abends. Okay? Das heißt, soll ich das ins Wasser mit reinpacken, womit wir den Garten gießen, oder soll ich den Boden damit einreiben? So brauchen Sie dann nur der Herr ein Schmier. Vor der Anwendung oder nach der Anwendung brauchen Sie es nicht abwaschen. Ja, ganz genau. Und was ist, wenn es regnet? Ist das dann... Muss man dann Pause machen? Ja, natürlich. Sie werden schon die bestimmte Beschreibung mit der Verpackung kriegen, Herr Pometti. Und Sie haben auch die Kundendienstnummer. In jedem Fall, Sie rufen uns, Sie können uns telefonieren. Bei der Nummer, die ich Ihnen gegeben habe, wir sind erreichbar von Montag bis Freitag, von 8 Uhr bis 17 Uhr, Herr Pometti. Ja. Bei der Kundendienstnummer. Okay? Und da soll ich dann Bescheid geben, wenn die Pfifferlinge trotzdem wachsen? Wenn Sie Fragen haben, so könnten Sie uns dann der Herr telefonieren. Bei der Nummer, die Sie dann zur Verfügung gegeben haben. Aber nochmal, wir machen die Promi-Ziel und auch die Keton-MS-Geräte, oder? Ja, und wie viel ist drin bei so einem Creme, bitte? Wie viel? So, es gibt 50 Milliliter drin, der Herr Pometti. Das ist aber nicht viel. Ja, natürlich, aber es ist, wie gesagt, es geht nicht um die Dose, es geht um die Qualität der Dose. Der Dose? Kommt das in eine Dose, Jenin? Ja, ganz genau. Es kommt in eine Verpackung, der Herr. Natürlich. Äh, und was ist das für eine Verpackung? Aber kann da auch ein Schimmelpilz drauf wachsen? Ja, natürlich, so der Herr. Wie gesagt, Sie haben das in der Webseite schon gesehen, ja? Es ist eine, es ist eine kleine Verpackung des Mittels, so die hat 50 Milliliter drin. Das ist eine Tube, der Herr, von den Creme. Okay? Das ist sehr gut. Können wir auch, ähm, funktioniert das nur mit Steinpilz und Pfifferling, oder kann man auch, wenn die einen, weil wir haben immer bei Restaurant-Pilz-Champillon, okay? Manchmal werden auch einen Schimmelpilz bekommen, obwohl die Frisch von Großmarkt bei, äh, bei Bombay. Können wir damit dann auch den, äh, den Schimmelpilz wegmachen bei den Pfifferlingen und den, äh, Champion? Kann ich nicht richtig sagen, der Herr, aber Sie können, wie gesagt, so natürlich auch benutzen. Ne? Für die Pilz, ja? Und dann, ich wolle Sie dann nur an der Zahlung erklären, der Herr Pomette. Ich kann Sie dann an der Zahlung erklären. Also, der Herr, das Produkt wird per Visa oder Mastercard zu bezahlen. Wenn Sie eine Visa oder ein Mastercard besitzen, die Bezahlung könnten Sie dann schon auch online erledigen, der Herr Pomette. Von Ihrem Smartphone. Ich kann nichts haben. PayPal, ähm, Bitcoin, aber keine Credit Card. Machen wir es so. Dann die Ware kommt dann nach fünf Tagen. Der Kurier ruft Sie dann an einen Tag vorher. Okay. Okay, Sie kriegen es Bescheid. Und wenn Sie dann die Ware da haben, der Herr, die Bezahlung könnten Sie dann an der Halte Ware schon machen. Äh, bei Nachnamen geben, ja? Genau, genau. Sie zahlen an den Briefträger, aber Sie zahlen jetzt keine Extrakosten dazu. Außer den Preis, die ich Ihnen gegeben habe. Dann, wir machen die Prometzeal und die Ketone Messgerät, ja? Ähm. Bei, bei Gino Pomette. Ja. In Altschauerberg. Genau. Ja, bitte. Altschauerberg. Können Sie mir einen guten Deal machen, wenn wir zwei Packungen kaufen? So, wenn Sie dann, äh, wenn Sie zwei Packungen von dem Produkt bestellen, dann, der Herr, dann die dritte Packung werden Sie von uns nur für die 20 Euro haben. Oh, der Herr Pomette. Na gut. Dann, dann wir noch ein Packungen nehmen. Ja, dann genau. Dann, dann haben wir dann drei im Total, ne? Wenn Sie dann möchten, wie gesagt, der dritte kommt nur für die 20 Euro. Und mit Lieferungkosten und alles, das kostet nur die 137, Herr Pomette. So, dann für drei Tuben. Können Sie mir eine Gewerberechnung schreiben? Nochmal bitte? Ich brauche eine Gewerberechnung. Können Sie machen? Meinen Sie eine Beschreibung, oder was meinen Sie? Nee, 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 nee. Für meinen, für meinen Firma brauche ich eine Rechnung. Ja, ich kann, ich kann Sie da verstehen. Wie gesagt, es kommt mit dem DHL, deswegen kann man an der Halte Ware zahlen, der Herr. Ja, aber ich brauche eine Rechnung, ich brauche eine Rechnung, verstehst du das Wort nicht? Ich kann sie doch verstehen. Warte, warte, ich gucke was bei Google, stopp, bei Google sagt Company Invoice, okay, brauche ich, ich brauche Company Invoice. Ja, die kann ich verstehen, sie werden alles kriegen, aber ich meine, die Bezahlung geht es per Nachname, Herr Pomete. Ja, ja, ich verstehe leider kein Idiotisch, aber ich glaube, wir würden nicht zusammenkommen, okay? Kannst du rüberschicken? Nochmal, also wie gesagt, sie werden einen Tag vorher Bescheid kriegen, damit sie es wissen, wenn die Ware kommt. Sie können die drei Tuben selbst an der Tür haben oder bei den Poststationen selbst kriegen innerhalb von sieben Tagen. Ja, oder wie gesagt, sie kriegen das auch bei dem Post und sie zahlen bei dem Post die 137 Euro für die drei Tuben, die sie von uns kriegen. Und das habe ich verstanden, das ist sehr freundlich von Sie, dass Sie mir dann eine Ermöglichung machen. Und dann kann man das bei Gartenboden und bei Champignons drauf einreiben, ja? Muss man nichts trinken? Natürlich, natürlich, sie werden alles dabei haben, aber so, ich meine, außer die drei Tuben von dem Promete, machen wir auch die Geräte dazu? Dicatonne Messgerät oder bleiben wir nur bei den drei Tuben? Ne, wir auch den Gerät mit dazu nehmen, weil ich gerne nach jedem Essen Blasen habe. Das ist immer sehr Entspannung, weil sie erst essen, dann schön einen italienischen Rotwein und dann schön blasen. Das ist immer sehr gut. Okay, dann haben wir dann so drei Tuben von Promete plus die Gertonne Messgerät für die Hunde so 67 Euro, okay? Und das ist dann der Endebetrag. Ich muss aber noch hier für meinen Kollegen, weil der kommt jeden Tag bei meinem Restaurant essen, aber der immer zu viel, wie sagt man, der immer bei Toiletten laufen, das ist meine Rechnung von Wasser und Warmwasser, wegen Toilettespulung und Handwaschen. Der ist so teuer geworden, ich möchte für den noch den Produkt bestellen, wie heißt das, Zystonette, möchte ich für den haben, okay? Zweimal, damit er nicht immer mein ganzes Toilett benutzen. Sie meinen, Zystonette, möchten Sie für den Kollegen haben? Ja, für meine Kollegen können Sie auch ich bezahlen machen, okay? Ich werde ich seine Geld bei mir geben. Wie viel möchten Sie dann von den Zystonetten haben, eine Packung oder? Gibt es ein Sonderangebot auch, ja? Ja, Sie können auch schon gleich die Zystonette wie auch für die Kollegen haben, so drei Packungen von den Produkt Zystonetten für die 137 Euro. Okay, und dann drei Flaschen von den Zystonetten. Flaschen, weil hier bei dem Bild ist eine kleine Schachtel drauf. Ist das zum Trinken oder was ist das? Ja, ich meine Kapselnformen, aber ich wollte so Päckchen sagen. Sie bekommen dann drei Päckchen. Sind das Zöpfchen? Muss man das dann bei Popperloch reinschieben? Nee, 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 zu einnehmen, Herr Pometty. Einführen, okay, okay. Ganz genau. Dann machen wir die drei Packungen für den Kollegen, oder? Ja, kann meine Kollege auch so ein Gerät haben, weil der muss ja wissen, was der immer ist, der Rainer. Natürlich, er kann das schon haben. Ja, auch das Gerät zum Blasen, weil er findet auch keine Freundin, der bildet sich die immer ein. Seine letzte Freundin kam ausdenken und das ist nicht gut. Dann, wir haben dann so drei Päckchen von Zystonet von dem Prometsil für Sie, plus die Ketone-Messgerät. Die wären dann 167 Euro, wie ich dann gesagt habe. Dann plus die drei Zystonet für Ihren Freund und dann die Ketone-Messgerät. Dann im Total, der Herr, so Sie zahlen die 334 Euro. Das ist sehr gut. Und dann muss ich nochmal fragen, haben Sie ein Produkt gegen Parasiten? Wenn man das bei einem Restaurant auf den Boden legen, können die Hater dann nicht mehr reinkommen? Oder wie funktionieren? Nochmal bitte? No Toxin, right? Tropfen von Parasiten. Sind das Hater-Tropfen? Ja, wir haben schon. Also Sie haben das in der Website schon gesehen, Herr, oder haben Sie auch schon von uns so früher bestellt, Herr? Nein, nein, ich frage nicht, bei der Website gucken. Aber da sind Haselnüsse drauf. Da frage ich mich, warum ist Haselnüsse da drauf? Ja, wir haben schon ein solcher Mittel. Sie können vielleicht auch die Website lesen. So schreiben Sie parasitol.de. Okay, lesen Sie dann die Informationen, die wir dann da haben. Und wenn Sie möchten, Sie können nochmal die Anfrage stellen. Ah, können wir nochmal machen? Aber wenn wir dann bei... Natürlich. ...dass dann, wenn wir das bei Garten drauf machen, dann keine Katze und keine Schnecke kommen, richtig? Eigentlich, das ist so parasitol, es ist für Sie dann, der Herr, zu einnehmen. Es ist nicht so für die Katzen, verstehen Sie mir? Ach so. Damit Sie die Katzen so, ja, so raufhalten könnten. Weil das, wir müssen ja gucken, weil... Es ist für die Menschen, zum Einnehmen. Oh, weil ich will das ja bei der Katze bei Nacken drauf machen, damit die keinen Wurmer kriegen, keine Zecke bekommen, kein... Nein, 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 das ist nicht für die Katzen. Ist nicht für die Katzen, Herr Pometti. Ich kann Sie doch verstehen. Das ist das erste Mal, dass einer von euch was verstanden hat. Aber das Wort Katze ist wahrscheinlich sehr bekannt bei euch, oder? Ja, ich wollte Sie sagen. Ja, das ist sehr freundlich. Das Mittel, das wir haben, es ist nicht für die Tiere, der Herr. Es ist für die Menschen, die einnehmen und dann so machen, die Körperreinigung. Aber wie gesagt, erstmal, wir bleiben... Dann der Herr. Wir bleiben dann am besten beim Prometsil und die Zystonet. Ja. Okay. Dann, die Adresse haben wir. Sie sind in Altschauerberg. Acht, Postleitzahl ist die 91448. In Ermskischen. Wir haben dann drei Packungen vom Prometsil plus die Ketonemessgerät. Dann, wir haben auch die drei Päckchen von Zystonet plus die Ketonemessgerät. Im Total, so zahlen Sie die 334 Euro an der Haldeware. Okay? Ja, so können wir machen. Und wer bringt das? Ist das UPS, was die bringt? DHL. DHL? Sehr gut. Die haben die teuersten Paketpreise. Dann macht ihr richtig schön Verlust, wenn wir immer Sachen bei euch kaufen. Das ist sehr gute Freude. Sie zahlen keine Extrakosten dazu. Sie zahlen keine Extrakosten dazu. Okay? Das ist sehr gut. Ich werde mich bedanken dann, Herr Pometti. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Sie dann ein schönes Wochenende. Können Sie nochmal Medel... Auf Wiedersehen. Stopp. Kannst du noch einmal Medel sagen? Nochmal bitte? Können Sie bitte einmal Medel sagen? Was meinen Sie? Ich kann Sie leider nicht verstehen. Du sollst Medel sagen. Ist italienisch auf Wiedersehen. Sag einmal Medel. Es ist auf Italienisch. Ich weiß schon Italienisch. Ich kenne schon Italienisch. Aber ich habe jetzt nicht dieses Wort gehört. Medel. Medel, Leute. Das ist einfach so. Ich kann das nicht verstehen. Auf Italienisch kann ich daher Ciao sagen. Ja, dann kannst du zu mir Ciao. Und Vorraginato. Ciao, Bello. Okay. Ciao, Signore. Okay, ich glaube, das reicht schon. Alles Gute dann, der. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Diese Typen, die sind so... Sie sind so schmerzbefreit. Ich muss mal ein Video über die Internetseite von denen machen. Mal gucken, ob dieses Video oder das Aufklärungsvideo zuerst kommt. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall haben die so eine Seite da verkaufen, die so Wundermittelchen gegen alles. Da steht jetzt gegen Parasiten, gegen Pilze. Darum habe ich jetzt ja gerade angerufen. Weißt du, die verkaufen da Gesundheitsprodukte und verstehen angebliche Gesundheitsprodukte und verstehen kein Wort von dem, was sie sagen. Ich erzähle dem Typen, ich will den Boden vom Garten mit der Creme einschmieren, damit da keine Pilze wachsen und die Champignons vom Schimmelpilz befreien, die Drachenschanze auch, weil da Schimmel in allen Regenbogenfarben ist. Und ja, klar. Und wenn du Parasiten, wenn du das Mittelchen nimmst, dann kommen keine Katzen zu dir nach Hause. Ist klar. Voll Idioten. Und jedes Mal, wenn wir da bestellen, kostet die das gut Geld, weil die müssen das Paket ja bezahlen, wenn es nicht abgeliefert werden kann. Freue ich mich drauf.